Hallo zusammen, Komoot hat Ende November, Anfang Dezember wieder einige interessante Updates herausgebracht. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was es Neues gibt. Es betrifft tatsächlich den Routenplaner, aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Das Erste, was ich dir hierbei zeigen möchte, ist die neue Filterfunktion. Besser gesagt, du kannst hier Touren suchen und jetzt nach gewissen Kriterien raussuchen. Ihr bekommt jetzt zum Beispiel Landschaft und Natur angezeigt als Möglichkeit. Ihr könnt dann Touren suchen, ob für Wasserfälle oder Parks in der Nähe sind, beziehungsweise auch Gipfel. Oder du hast auch die Möglichkeit, bei Rastplätzen hier Pubs auszuwählen, ein Café oder Restaurant, beziehungsweise Ausstattungsmöglichkeiten oder kulturelle und historische Städten. Oder dann, je nach Route, was du auswählst, gibt es dann auch Routenmerkmale, zum Beispiel Hauptstraßen vermeiden oder Fahrradparks. Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, können wir jetzt einfach mal eins auswählen. Wir wählen jetzt links eine Aktivität aus. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Rennrad und dann sagen wir zum Beispiel, wir möchten während der Tour einmal essen gehen. Das heißt also, bitte die Tour mit Restaurants anzeigen lassen. Und so bekommt ihr hier schon mal eine kleine Übersicht, welche Touren hier möglich sind. Aber ihr könnt dazu auch noch sagen, als weitere Kriterium, ihr möchtet lieber an Seen und Flüssen unterwegs sein. Dann sind es nur noch fünf Touren in unserer Gegend. Und wenn wir das Routenmerkmal dazu nehmen, Hauptstraßen vermeiden, sehen wir zum Beispiel kein Ergebnis. Oder wenn ihr dann sagt, ich möchte Anstiege haben, gibt es noch zwei Touren. Und so hast du zum Beispiel die Möglichkeit, mit drei Filtereigenschaften hier deine entsprechende Tour zu suchen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, die Tour auszuwählen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf die blaue Tour. Dann wählen wir diese hier aus. Und dann bekommen wir auch direkt hier unten angezeigt, wann hier zum Beispiel die Rastmöglichkeit ist. Das wäre in diesem Fall hier die Churalpe. Und das ist hier mit dabei. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal im Detail anschauen. Bekommt dann auch so ein paar Bewertungen angezeigt, wie gut das Ganze bewertet ist, schlecht oder entsprechend gut. Und du bekommst auch noch ein paar Details, wie zum Beispiel das Ganze hier im Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald. Und es gibt natürlich dann auch hier, wie ihr es gewohnt seid, Fotos entsprechend des Standortes. Dies war jetzt aber für Routen, die schon vorgefertigt sind. Interessanter ist die nächste Neuerung. Und zwar, wenn du eigene Routen planst. Ihr bekommt jetzt auch endlich die Heatmaps angezeigt. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf neue Route planen. Dann bekommen wir hier das normale Feld angezeigt. Ihr bekommt jetzt ganz normal eine Standardkarte. Und da liegt es natürlich daran, welche Karte du jetzt ausgewählt hast. Du könntest links unten auch die Ebene auswählen. Es gibt zum Beispiel auch hier Wanderkarten, Mountainbike-Karten. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Wanderkarte. Und wir sehen auch hier, das Ganze ist eine Premium-Funktion. Das heißt also, überall, wo dieser niederne Tannenbaum ist, bedeutet es hier Premium. Und ihr bekommt dann auch unten auch schon die globale Heatmap angezeigt. Beziehungsweise, das ist das neue Icon. Das wählen wir jetzt aus. Dann bekommen wir dann erst mal auch so eine kleine Information wegen der Privatsphäre, dass das alles geschützt ist. Und dann sagen wir jetzt einfach Heatmaps erkunden. Und dann bekommen wir jetzt auch schon die verschiedenen Heatmaps, den Sportarten angezeigt. Einmal alle Fußsportarten, also heißt auch Wandern und Laufen zusammen. Ihr könnt Wandern und Laufen auch getrennt machen. Dann gibt es auch alle Radforsportarten. Aber diese sind auch nochmal unterteilt unter Fahrradfahren, Mountainbiken, Rennrad und Quarrelbike. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Laufeinheit. Und dann bekommen wir jetzt alle Wege angezeigt, die hier fürs Laufen zuständig sind. Beziehungsweise die Heatmap fürs Laufen erstellt worden ist. Wir bekommen auch hier eine schöne Übersicht. Wobei ich wähle jetzt einfach mal kurz eine andere Karte aus, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Jetzt einfach mal die OpenStreetMap. Und dann sehen wir auch hier schon alle lilanen Punkte. Das sind hier die Wege, die hier viel gelaufen werden. Und umso mehr es gelaufen wird, desto lilaner ist dann auch entsprechend der Weg. Wir können es natürlich auch ändern. Wir können es zum Beispiel sagen, hier mal fürs Rennradfahren. Dann sehen wir auch hier gleich schon die Änderung. Im Wald zum Beispiel ist überhaupt fast keiner mit dem Rennrad unterwegs. Das dürften wahrscheinlich Aktivitäten sein, die nicht so ganz richtig aufgezeichnet worden sind. Aber man kann ganz gut erkennen, die Straßen, die Hauptverkehrsstraßen, beziehungsweise Radwege sind natürlich hier deutlicher lilaner angezeigt, als zum Beispiel gerade beim Wandern. Das gleiche können wir dann auch nochmal ganz kurz hier fürs Mountainbike machen. Dann sieht es hier auch nochmal anders aus. Da haben wir zum Beispiel hier am Milibokus ganz viele Touren, beziehungsweise Mountainbike Trails. Kann man ganz gut sehen, hier ist es sehr stark mit lilanen versehen. Und so habt ihr die Möglichkeit für euch, die optimale Route zu planen, beziehungsweise da zu schauen, wo die meisten hier unterwegs sind. Du hast auch die Möglichkeit, temporär hier unten die Heatmap auszublenden. Da gibt es so ein Auge, um wieder einzublenden. Das heißt also, wenn es mal für dich ein bisschen unübersichtlich wird, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das auch hier zu ändern. Aber wie gesagt, das ist dann hier eine Premiumfunktion. Auch ganz spannend bei Touren sind natürlich verschiedene Informationen, wie Wege sind gesperrt oder zu einer gewissen Jahreszeit, beziehungsweise ob du im Naturschutzgebiet unterwegs bist oder ob das Gefälle steil ist oder das Gelände sehr schwierig. Und da bekommen wir jetzt auch viel besser das Ganze angezeigt. Deshalb gab es das schon in der Vergangenheit, aber jetzt ist es auf jeden Fall noch mal aus meiner Sicht etwas besser aufgearbeitet. Ja, um euch das mal bildlich darzustellen, habe ich jetzt hier in Österreich einfach mal eine Tour geplant. Und wir sehen auch hier schon der Weg, der hier unten verlangt läuft. Wir sehen auch wieder die Pfeilrichtung, also alles, wie ihr es gewohnt seid. Und wir bekommen jetzt links einmal natürlich eine Information über die Route selber. Es gibt dann wieder entsprechende Bilder. Wir sehen jetzt hier das Ganze auch eine Wandertour. Wir bekommen dann unten auch wieder die Wegbeschaffenheit angezeigt, so wie wir das Ganze dann auch kennen mit dem Wetter. Auch das ist dann hier eine Premium-Funktion. Sehen wir auch hier wieder an diesem liegenden Baum. Und wenn wir jetzt einfach hochscrollen, sehen wir auch schon hier, es gibt zwei Warnungen auf dieser Route. Und wenn wir jetzt hier auf Details ansehen gehen, bekommen wir jetzt auch schon weitere Details dargestellt. Zu einem sehen wir dann hier zum Beispiel, enthält Abschnitte mit gefährlichem Können. Das heißt also hier zum Beispiel, könnt ihr jetzt draufklicken, dann landet ihr direkt in dem Abschnitt. Sehen auch hier nochmal ein weiterer Abschnitt, ist das ebenfalls nochmal hier der Fall. Und hier unten bekommen wir auch nochmal einen Abschnitt, wo es dann etwas kritischer und gefährlicher werden kann. Und sollte ein Weg gesperrt sein, gibt es auch hier dann die Information, dass dieser gesperrt ist. Wobei man sagen muss, es ist natürlich nicht zu 100% garantiert, dass das auch immer alles stimmt. Und wir bekommen dann auch hier links oben, sehen wir es dann, die Nationalparks angezeigt. Wir sehen hier, wir sind in zwei Nationalparks, einmal Hohentauern und dann auch nochmal in der Biosphäre Salzburger Lungau. Und was vor allem ganz interessant ist, wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann sehen wir auch hier, geht hier schon ein Link auf. Ihr könnt den Link einfach draufdrücken und dann landet ihr automatisch dann auch hier zum Beispiel auf dieser Salzburger Seite, beziehungsweise des Nationalparks. Und da könnt ihr euch dann auch nochmal Informationen reinholen, ob ihr jetzt hier laufen dürft, wandern dürft, ob vielleicht sogar Wildcamp möglich ist, alles Mögliche könnt ihr dann hier nochmal in Informationen rausholen. Und von daher finde ich das wirklich eine sehr gute Funktion. Das Gleiche haben wir dann auch nochmal, wenn wir hier auf Hohentauern gehen, sehen wir das auch nochmal, da sind wir hier alles zum Hohentauern. Und da könnt ihr euch auch nochmal direkt informieren. Das finde ich wirklich sehr gut gemacht, beziehungsweise die Verlinkung, die wir hier an dieser Stelle haben. Die nächsten drei Punkte sind auch sehr komfortabel für die Planung. Der letzte Punkt dürfte für Radfahrer sehr interessant sein. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier auf der Planung seid, hier unten jetzt das Hohenprofil komplett auszublenden. Das heißt also, wenn ihr einmal auf dem Pfeil drauf drückt, bekommt ihr eine einfache Übersicht angezeigt. Und wenn ihr nochmal drauf drückt, dann habt ihr jetzt auch die komplette Karte für euch. Und es stört nicht. Das Gleiche ist dann auch mit dem Fenster hier links. Das könnt ihr auch ausblenden. Das heißt also, ihr bekommt jetzt eine komplette Kartenübersicht. Wenn ihr auf die Pfeile wieder drauf drückt, dann tauchen natürlich hier auch die Fenster wieder auf. Und da habt ihr alle Informationen, die ihr benötigt. Ein weiterer interessanter Punkt sind dann hier die Entfernungsmarker. Besser gesagt, ihr könnt euch jetzt auch während der Planung euch das Ganze einblenden lassen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier oben auf Karteninhalt. Das wählen wir jetzt aus. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, dann Entfernungsmarker zu aktivieren. Das ist jetzt in diesem Fall hier. Das wählen wir jetzt aus. Und dann sehen wir jetzt auch hier gleich, dass wir auf der rausgesuchten Ebene alle 5 Kilometer einen Punkt sehen. Das sind hier 5 Kilometer. Hier oben 10 Kilometer, 15 Kilometer und 20. Und wenn ihr reinzoomt, dann bekommt ihr auch jeden Kilometer einzeln angezeigt. Das sind hier 1, 2, 3, 4. Und so habt ihr auch schon während der Planung die Übersicht, wie viele Kilometer ihr plant, ohne jetzt immer links unten zu schauen, was jetzt die Gesamtdistanz ist. Beziehungsweise, so könnt ihr auch besser einordnen, wenn ihr dann 3 Kilometer hinlauft, dass es dann auch wieder 3 Kilometer zurück sind. Und das habt ihr dann hier nochmal besser in der Übersicht. Und wie ich gerade so gesagt habe, für Radfahrer interessant, dürfte dann das nächste Feature sein. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Tour geplant habt und wir ja nach links gehen an das Fenster und jetzt hier runterscrollen, da bekommt ihr ja einmal das Wetter angezeigt. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, hier die sogenannte detaillierte Vorsage anzusehen. Da gehen wir jetzt einfach drauf und hier kann man sagen, okay, zu welcher Uhrzeit möchten wir jetzt fahren. Wir gehen jetzt einfach mal 23 Uhr aus, sagen wir hier Startzeit speichern. Und ab diesem Zeitpunkt sehen wir nämlich jetzt hier, ob man es noch gut erkennen kann, hier werden so Pfeile angezeigt. Das ist nämlich die Windrichtung. Das heißt also, hier haben wir zum Beispiel Rückenwind. An der Passage haben wir Seitenwind und hier haben wir auch Rückenwind. Beziehungsweise, wenn es dann zurückgeht, haben wir natürlich an der Stelle Gegenwind. Und so könnt ihr dann für die ganze Tour schauen, wie die Windverhältnisse sind. Wie gesagt, das ist vor allem gerade fürs Radfahren interessant, als Prognose. Aber auch das ist dann natürlich hier ein Premium-Feature. Einer aus meiner Sicht sehr interessantes Feature ist dann auch die Speicherung von Lieblingsorten. Das heißt also, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, findest du einen schönen Zeltplatz oder Picknickplatz, dann kannst du das auch hier direkt während der Tour speichern. Und hast du dann einen spannenden Punkt gefunden, gehst du einfach dann hier auf dein Handy, zoomst dann rein an den Punkt, wo du das Ganze machen möchtest, drückst hier länger drauf, mal zum Beispiel jetzt hier machen, und dann sehen wir hier auch schon die Möglichkeit, das Ganze zu favorisieren. Gehen wir hier auf diese Wappen, sehen wir auch hier wird schon ein Stern gesetzt. Du hast dann auch noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt auf den Stift draufgehen, hier einen Ortsnamen zu geben. Sagst du einfach, dann haben wir dem Ort jetzt hier einen Namen gegeben, gehen jetzt hier auf Änderung, speichern. Jetzt haben wir ja den Punkt gespeichert und wenn du jetzt eine Routenplanung bei Komodo durchführst, bekommst du diese Punkte dann natürlich auch angezeigt, wenn du das möchtest. Und hierfür gehen wir dann auch wieder in unsere Routenplanung hinein und auch hier gibt es dann den Punkt Karteninhalt. Da gehen wir jetzt drauf und hier müsst ihr jetzt einfach sagen, okay, ich möchte gespeicherte Orte sehen. Dann aktivierst du das und ab diesem Zeitpunkt bekommst du dann auch die gespeicherten Orte angezeigt. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt zwei Stück, einmal schöner Picknick, das habe ich gespeichert und ich habe jetzt hier unten einmal das gerne ein Abo da, das ist dieser Punkt hier, der ist ebenfalls enthalten. Das ist aber noch nicht alles, was sich jetzt geändert hat. Auch bei der Routenplanung selber gab es ein paar Anpassungen. Wenn wir jetzt nämlich hier auf Einstellung gehen, könnt ihr nämlich jetzt auch sagen, wie soll der Routentyp aussehen beziehungsweise eine Voreinstellung. Ihr könnt jetzt sagen, okay, ich möchte eher eine ruhige Route laufen oder eine Route mit der geringsten Höhe. Das heißt also, die automatischen Wege werden dann auch einfach gestaltet. Ich möchte es gerne malerisch haben, die kürzeste oder dann technisch. Dann sehen wir hier auch schon mal, ich möchte es technisch anspruchsvoll haben. Das heißt also, hier sind dann für Mountainbiker sehr interessant, wenn du dann ja etwas schwerer unterwegs sein möchtest. Ich würde sagen, wir wählen es einfach mal ganz kurz aus, einen Startpunkt und gucken einfach, was dann die Auswirkungen sind. Wir starten einfach hier oben an dem Weg, sagen wir hier als Ziel festlegen und wir wählen jetzt einfach mal ein Ziel aus. Wir gehen jetzt hier hinten, Bodenwaldschule, dann nehmen wir jetzt hier das als Ziel beziehungsweise als neues Ziel und sehen wir auch hier, bekommen wir schon die Route angezeigt. Das war an dieser Stelle nun der Standardweg. Ihr könnt natürlich auch in die Einstellungen hineingehen und im Nachgang das anpassen. Ich möchte zum Beispiel jetzt haben, den ja kürzesten Weg, dann nehmen wir hier einfach kürzesten. Sehen wir auch hier schon, wird die Route umgeplant, geht dann hier durch die Ortschaften oder du kannst dann auch sagen, okay, ich möchte die malerische haben. Dann haben wir es so ähnlich, wie wir es gerade hatten. Sehen wir hier laufen dann hier durch den Hambacher Grenzweg oder wir möchten hier die geringsten Höhe haben. Sehen wir auch hier, wird dann auch tatsächlich ausgewichen und dann wird nicht so viel Höhenmeter gemacht wie auf der normalen Strecke. Wir sehen hier 290 Höhenmeter, wären es jetzt zum Beispiel bei der geringsten Höhe und wenn wir einfach die Standardroute nehmen würden, sind es 300. Gut, der Unterschied ist natürlich jetzt nicht so groß, aber ihr seht hier, dass man hier auf jeden Fall einiges einstellen kann, um hier einen optimalen Weg rauszufinden. Als kleinen Tipp habe ich noch einen interessanten Punkt, der jetzt zwar jetzt nicht neu ist, aber der eine oder andere vielleicht noch nicht kennt. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier einen Punkt im Ort auswählen und wir möchten sehen, wie es dort aktuell aussieht beziehungsweise wie die Gegebenheiten sind, haben wir dann auch hier oben rechts die Möglichkeit über Google Street View uns das auch nochmal anzuschauen. Das heißt also, hier kannst du direkt über Komoot dann auch hier nochmal direkt reinspringen und dir die Gegend anschauen beziehungsweise hier rechts oben kannst du dann auch wieder rausgehen und du hast ja auch die Möglichkeiten hier Ortschaften zu erkunden, wenn du das möchtest. Die letzte Funktion, die ich dir zeigen möchte, ist die Ergänzung einer Tour beziehungsweise zu einer Rundtour. Dafür starten wir zu unten einfach mal den Weg, wählen hier noch einen aus, gehen dann hier hoch und nun habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr hier zum Beispiel auf den Startpunkt geht, auf das A, hier nochmal drauf zu gehen. Ihr könnt dann sagen, Hin und Rückweg und sehen wir hier wird dann auch schöne Rundtour gestaltet beziehungsweise du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich nicht und das wieder zurückzunehmen, also nur Hinweg zu machen und dann kannst du es auch selber planen beziehungsweise das Ganze geht dann natürlich auch, wenn du auf das B drauf drückst, kannst du auch hier Hin und Rückweg planen und so bekommst du dann hier eine kleine Rundtour ausgewertet beziehungsweise erstellt. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einen kleinen Überblick geben, was es hier an Neuerungen bei Komoot gibt. Es sollte auch für die Apple Watch noch die Offline-Karten kommen, das hat Komoot noch nicht ganz geschafft. Im Video haben sie gemeint, dass es hier Anfang, ja, oder kurz vor Weihnachten erscheinen soll. Ich bleibe auf jeden Fall dran, ich werde euch das entsprechend dann auch zeigen. Du kannst mal gerne einen Kommentar schreiben, was du für eine Neuerung von Komoot hältst beziehungsweise auch von den Entwicklungen. Schreib es mal gerne rein, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um das Navigationsthema sehen möchtest, ich habe auch mal diverse Uhren getestet, wo ich das Ganze dann auch angewandt habe beziehungsweise ich habe auch eine Playlist rund ums Radfahren, mal schauen, welche Fahrtnavigationsgeräte ich alles vorgestellt habe. Auch hier ist sehr viel mit Komoot geplant. Wenn das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mir Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.